Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von TeleBlocher. Die ganze Welt brennt, auch in der Schweiz grosse Diskussionen. Noch einmal das Thema, das uns beschäftigt hat während der letzten drei Wochen. Roger Köppel. Jetzt konnte man lesen, innerhalb der Partei schon ein grosses Gerangel, wer jetzt auf die Nationalratsliste kommt im Kanton Zürich. Wie beobachten Sie das? Ja, ganz ruhig. Der Lärm wird grösser gemacht. Also vor allem der Tagesanzeiger schrieb das, das habe ich gesagt, der aber nie einen Namen genannt. Nicht genannt sein wollen, aber es ist klar, auf einer Liste hat es so und so viele Plätze und jeder will natürlich einen besseren Platz. Aber hat denn das so einen Einfluss, wenn es so einen Platz 4 oder Platz 7 hat? Ja, natürlich, wenn alles ungefähr gleichwertige Kandidaten sind, die Partei strahlt ein bisschen aus, das sind Favoriten und so. Die hätten wir lieber gerne vorne, aber wir haben da schon die Kandidaten, die wir vorgenommen haben, die hinterher gefallen sind. Das war das letzte Mal ein Fall. Die Präsidentin der jungen SVP ist dann zurückgefallen, trotz einem guten Platz. Also, das gibt immer etwas. Was mir gar nicht gefällt in dieser Diskussion, und das habe ich ja auch in der Partei gesagt, das ist ja furchtbar, die Töne, die da rauskommen. Also, wenn einer sagt, ich habe jetzt so lange Knochenabend gemacht in der Partei, jetzt will ich ernten, also ist ja das Nationalratsmandat eine Ernte. Das ist ja eine Dekadenz. Das ist ja eine Dekadenz. Das ist ja eine Dekadenz. Das ist ja eine Dekadenz par excellence. Und das zeigt eben auch dringend die Parlamentsreform. Man muss die Mandate abschränzen auf ein Drittel, wo man einen Jahreslohn und dürfen auch nur ein Drittel von der Arbeitszeit dort oben verbringen. Weil jetzt geht es auf Bern, König von einer Karriere, oder? Und kommst du noch so viel rüber, dass du davon leben kannst. Das ist nicht in der Ordnung. Und das, dass es in unserer Partei diese gibt. Wir müssen diese in Führung tun, die den Grund anheben. Weil sie sich für das Schweizer Volk einsetzen. Und die Nachteile auf sich nehmen. Weil wenn man sich jetzt für unsere Grundsäule einsetzt, kommst du auf den Grund rüber. Von allen anderen. Zeitungen machen mit dort. Zürich Zeitungen jetzt. Vor allem, seit dem Fall von Mersom, haben sie gesagt, unsere Hauptrichtung ist gegen die SVP. Das machen wir jeden Tag. Auch unter dem neuen Chefredaktor? Ja, das weiss ich noch nicht. Kennen Sie den überhaupt nicht? Nein, das kennen wir nicht. Haben Sie den auch gesehen, oder? Nein, aber natürlich gelesen. Auslandartikel habe ich von der Zürich Zeitung gelesen. Und das hat mir ja gewerkt, dass es in der richtigen Lauf. Plötzlich hatte er auch Gleitartikel von ihm und so. Also gut. Das ist ein Auslandredaktor. Und die Zürich Zeitung wird ja jetzt vor allem auslandstark sein. Also in Österreich, ja. Im ganzen deutschen Raum. Österreich und Deutschland. Das müssen ja die wissen. Ich habe doch keinen Einfluss bei dieser Zürich Zeitung. Es geht mich auch nichts an. Ja, das wird jetzt da so gemacht, weil sie den Sohn geholt haben. Die haben den Sohn gefragt und geholt ohne mein Wissen. Der Sohn hat mir gesagt, dass er angegangen worden ist. Weil er ein anständiger Mensch ist. Er macht ja nicht etwas hinnehmen, oder? Und jetzt klingt es so. Wenn ich da noch quasi will, dass er da hinzugehen würde. Dann kommt jetzt wahrscheinlich der beste Mann zu verlieren. Das ist ja ein Spitzenchefredakter mit der Baser-Zeitung. Und der hat die Baser-Zeitung redaktionell angebracht. Die Baser-Zeitung, die dermass in der Timte war, mit so viel Verlust. Heute eine selbsttragende Zeitung mit einer guten Ertragslage. Auf das kommt es darauf an. Und wird auch sehr beachtet. Auch gesamtschweizerisch beachtet. Aber trotzdem noch mal ein bisschen ironisch, halb ironisch wahrgesagt. Könnte man sagen, wenn man Chefredaktor, Wirt der NZZ wie DHG einorten ist, dann ist eine Qualität oder ein Anstellungsmerkmal, dass man sie noch nie gesehen hat oder sie noch nicht gesehen hat, oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Also ich habe ein Interview gelesen, das eine Tagesanzeige gemacht hat, voller Unterstellungen. Da sagt der Tagesanzeiger zu dem, was sagen sie dem? Uns ist bekannt, das ist die grösste Partei, die SVP, in der Schweiz. Zürich-Zeit-Aktien wollte er kaufen. Einen solchen Unsinn. Gut, er hätte es halt gar nicht negieren können, weil er es ja nicht weiss. Aber das sind so Unterstellungs-Sachen. Es geht ja gar nicht. Man kann ja nur als FTP-Mitglied ein Aktien kaufen. Eine Partei ist doch nicht in der Lage, ein Aktienpaket von Zürich zu kaufen. Die kennen die finanzielle Situation einer Partei nicht. Zweitens, wir wissen doch, dass dort freisinnig sein muss, wenn man dort eingetragen wird. Und sonst nicht. Ich meine, wir machen gar keinen solchen Versuch. Das ist uns auch gleich. Abgesehen davon, wir haben genug mit den anderen Zeitungen zu tun. Wenigstens haben wir wenigstens, oder? Zeitungen? Ja. Und der hat eine gute Mehrzahl. Ja, natürlich. Zürich-Port. Zürich-Pur. Das sind kleine Zeitungen. Aber die müssen auch gepflegt werden. Das ist eine Parteizeitung. Da wollen auch die Mitglieder jedes Mal haben. Die Baser-Zeitung bin ich Aktienär. Und die ist auch noch nicht fertig aufgeräumt, denn bei der Eingeschaft haben wir ja rausgenommen. Ja, die müssen auch gepflegt werden und alles. Und wir haben auch mit allen Zeitungen, wenn wir Kontakt haben. Es gibt ja keine Parteizeitungen mehr heute in der Schweiz. Aber gleich noch interessant sind jetzt gerade die Basler-Zeitungen, wo sie ja Miteigentümer sind. Das ist ja völlig transparent. Ein ganz interessanter Fall diese Woche. Gegen eine alte Weggefährtin, also auf einem anderen Lager natürlich, Susanne Leutenecker-Oberholz. Das hat der Basler-Zeitungen enthüllte oder wiedergebrachte Geschichte, dass die zwei Wochen, bevor die berühmte Zweitwohnungsinitiative war, noch schnell eine Wohnung geschnappt hat im Bündnerland. Ja. Das ist, da bin ich überzeugt, da könnte man noch bei vielen SPLern forschen, was die eigentlich machen, was Politik ist und der Gegensatz im Privaten. Wir hatten ja den Fall von der Frau Kiener-Nellen, die plötzlich null versteuert. Aber jeden angeprangert hat. Aber jede. Eine Sauerei, die Optimierung, die den Steuern und so weiter. Und selbst so optimiert, dass sie am Schluss nichts zahlt. Also, ich habe noch gedacht, ob ich diesen schreiben soll, um die Steuernanwalt zu sagen. Sie sollen einmal den Vorkehrer reden, wie wir das machen, dass man keine Steuern zahlen muss. Das kann man ja lernen, oder? Super, oder? Es ist doch einfach, dass die nicht rot werden, oder? Zweitens, also ich habe das auch gelesen in der Basler-Zeit, ich wusste davon nichts, dass die so eine Zweitwohnung gekauft, noch 14 Tage vorne, und die Gewerbler und der Gemeindepräsident in Valbela sind natürlich grauhaft verrückt. Der sagt, ich habe das Komitee und sage, da sollen wir ja keine Zweitwohnungen mehr machen, und sie selber schnappen noch geschwind eine vorhanden. Das ist doch einfach eine Art. Und dann noch alles. Sie ist abstreitend und bestreitend, oder? Sie hat ja gesagt, es sei eine AG, die das gekauft hat. Ja, ja. An dieser AG ist die Summe Drittel beteiligt, und die anderen sind, glaube ich, alle Familienangehörige. An sich ist ja das alles nicht so schlimm. Aber es schäbelt doch zu dem Mund aus, oder? Ich kann doch nicht sagen, es ist eine Sauerei, dass jemand reich ist, und selber bin ich reich. Das ist ja auch nicht konsequent. Aber die Basler Zeitung ist natürlich in diesem Raum Basler Zeitung, die auch sonst schon viele solche Unkorrektheiten bei den Politikern aufdeckt. Und sie ist nicht parteiisch. Sie hatte also letztes Jahr den Fall der Basler-Landschaftliche Grossratspräsidentin. Sie war aus ihrer Partei, ja. Sie war SVP. Sie hat die Sache aufgedeckt, dass sie in ihrem Haus zu Hause eine zonenwidrige Nutzung hatte von diesem Geschäftsaus. Ich weiss die Detail nicht mehr genau. Und die musste dann auch zurücktreten. Oder ist sie zurücktreten? Also sie schaut überall, wo ist eine Aufgabe der Zeitung, wo hat es Unkorrektheiten, wo man an die Öffentlichkeit bringen muss. Und sie hat jetzt das gemacht. Frau Leutenecker-Oberholz hat ja einen entrüsteten Brief auf dem Nationalratspapier, haben Sie gesehen, dem Herr Somm geschrieben. Es geht ja eigentlich gar nicht an, dass er im Privatleben nur ein Schnüffchen und b, er soll mal die Verhältnisse bei der Basler Zeitung transparent machen. Jawohl. Da sieht man, wo das durchläuft, oder? Aber die bei der Basler Zeitung sind ja transparent. Man weiss, welche drei Aktionäre die Zeitung haben. Aber mit dem lenkt es ja ab. Und nicht im Privatleben nur ein Schnüffeln. Eine Nespailerin. Nicht im Privatleben nur ein Schnüffeln. Was schlüffeln diese umeinander in allen Privatleben? Bei jedem wollen sie nach hinten schauen und sind für absolute Transparenz. Das ist ja natürlich ein Ablenken. Schlechtes Gewissen, oder? Also das ist das Thema. Das ist ja die kleine Welt. Jetzt gehen wir mal auf die grosse Welt. Jetzt gehen wir mal auf die grosse Welt. Das sind ja die Schweizer Probleme, die wir haben. Wenn man jetzt über die Grenzen hinaus schaut. Man hat ein wenig den Eindruck, und das ist noch interessant, bei dieser krassen Ausdeutung haben wir es eigentlich nie gehabt. Der Konflikt einerseits zwischen dem reichen Deutschland und dem armen Griechenland. Also die gehen jetzt voller Power aufeinander los. Ja. Innerhalb der EU hat man es noch nie so erlebt, oder? Im Grunde genommen ist es so, Griechenland ist ein Soldner, der seine Verpflichtungen nicht einhalten gegenüber einem Gläubiger. Das ist eigentlich faktisch Konkurs, oder? Ja, das geht. Im Privatleben gibt es auch. Firmen, die so viel Geld von den Banken geholt haben, mit Versprechen, sie werden das und das dann erfüllen, und das haben es nicht gemacht. Einfach ein einfacher Fall. Und jetzt geht das Griechenland immer noch mehr. Ist ja klar, weil sie am Ende sind. Und die Regierung ist ja an die Macht gekommen, weil sie gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen von dieser kleinen EU. Und in der kleinen EU muss ich sagen, wer ist dort der Hauptzahler? Deutschland. Und Deutschland sieht natürlich klar, wenn die Länder ihre Verpflichtungen nicht eingehen, dann verjagt sie die ganze EU. Das ist ja eine Priorität, das macht natürlich jeder so. Ja, ja. Darum haben es ja Kriterien gemacht. Jeder muss einhalten, dass er nur so und so viel hat, also nur 60% von Bruttoinlandprodukten. Schulden haben, er darf nicht mehr als 3% Defizite haben, er darf nicht mehr als 3% Inflation haben. Und die Mehrheit der Staaten hat natürlich die Schuldengrenze mit 6% überschritten. Und auch die Defizitgrenze überschritten. Und die EU, also das ist ja vor allem die Europäische Zentralbank, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und jetzt, was macht man normalerweise mit einem Staat, der die Verpflichtungen nicht hat? Man gibt ihm keinen Kredit mehr und dann macht er Konkurs. Und die Firmen müssen auch sterben können, oder? Wenn sie nicht mehr lebensfähig sind, müssen sie untergehen können, sonst zahlt man einen Toten, oder? Grundgenommen. Und jetzt kommt eben die Frage, warum lässt man erst die Griechen nicht fallen? Sie können jetzt wieder vorne anfangen, mit neuem Geld und so weiter. Weil das ist eben keine ökonomische, sondern eine politische Konstruktion, die EU. Und die können die Griechen nicht fallen lassen, sonst fällt das Zeug auseinander. Oder die haben die Angst. Und das weiss Griechenland. Darum kann Griechenland sagen, die können uns gar nicht fallen lassen. Wir können fordern, was wir wollen, die lassen uns nicht fallen. Aber irgendwann gibt es ja einen Knall, oder? Ja. Wenn sie kein Geld mehr haben. Und das ist dann Deutschland, das es dann mitreisst. Und der Hass gegen Deutschland, das ist ja immer so. Der ist gegen den, der es gibt. Und der Zweite Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg. Ja, der ist jetzt vor vorne geschoben. Oder man kann nicht nach 60 Jahren noch sagen, das ist jetzt der Zweite Weltkrieg. Oder nach 70 Jahren, oder? Da ist es ja eigentlich schon. Und der, aber das ist im Leben immer so. Der, der einem anderen hilft, der kommt am Schluss, der hasst man den. Weil er natürlich geholfen hat, oder? Also der, der Geld hat, das kann man im Privatleben auch sein. Wenn sie einem armer Keib helfen, denkt der, der ihm geholfen hat, länger daran, als der, der die Hilfe bekommen hat. Das ist ja so. Aber da muss man auch wissen. Jetzt, das Deutschland tut mir da dem Leid. Die tragen nämlich den ganzen Grasumpel da. Das ist ja eindeutig. Ohne die gehen es ja gar nicht. Und jetzt kommen sie so auf den Deckel rüber, nur weil sie konsequente Linien fahren. Aber das Griechenland ist am stärkeren Hebel, weil man nicht gehen lassen kann. Das ist etwas Ähnliches wie bei der Privatwirtschaft. Wir hatten ja bei der Grossbank ein Problem, das wir beseitigen wollen. Auf Englisch sagt man dem, too big to fail. Zu gross, um fallen zu lassen. Oder zu sterben. Man muss ihm Geld geben. Weil wenn er runtergeht, reisst er alles mit. Und da haben wir jetzt ähnlich mit Griechenland. Das ist doch nicht too big. Das ist nicht zu gross. Das ist ein kleiner Fisch an sich in der EU. Aber er isst natürlich dann alle mit. Vielleicht ist es too important, zu wichtig, um sterben zu lassen. Aber gleich nochmal. Es ist doch eine andere Frage. Wenn Sie jetzt in diesen einzelnen Ländern Abstimmung haben, jetzt wie in Griechenland, haben Sie eine Regierung, die sagt, Hartenkurs, die Regierung, die gesagt hat, wir gehen wieder Geld aus, wir stellen die Leute ein. Dann werden Sie ja immer, werden die Bürger immer die Regierung wählen, die bequemer ist. Ja, natürlich. Drum, also, ich begreife, dass der Griech den wählt. Der sagt, alles was für einen unangenehm ist, ihr Redner und so, das hebe ich alles wieder auf. Wir sparen doch nicht. Die sollen zahlen. Die sollen zahlen. Und dann sagen die Leute, wenn sie nicht zahlen, gehen wir ja Konkurs. Der weiss, der geht nicht Konkurs. Weil die lässt man nicht fallen. Die lässt man nicht fallen. Aus politischen Gründen. Und jetzt kommt natürlich noch etwas, bei Deutschland folgendes dazu. Unter der Decke, in der Griechenland, ohne dass sie laut reden, gucken noch ganz andere Länder. Nämlich die, die auch lieber hätten, sie müssten nicht sparen. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Es sind dann noch ein Haufen derjenigen, die auch noch denen still helfen. Es ist interessant gewesen. Dann haben sie im Prinzip Deutschland gegen den Rest. Nachdem Griechenland gesagt hat, hört, jetzt wollen sie die Bedingungen erfüllen. Sie sind gezwungen, zu unterschreiben. Das haben sie ja. gesagt, bis Ende April müssen sie das Detail liefern. Natürlich. Auch ein Wischiwasi-Vertrag. Dann ist es 14 Tage gegangen. Dann gibt die EU bekannt, wir verlängern auch die Rückzahlungszeit der Kredite. Und die Zeit, wo sie die Bedingungen erfüllt haben müssen. Um zwei Jahre. Das ist doch klar, die haben doch schon damit die Idee mitgemacht und gesagt, aber wir wollen dann auch zwei Jahre. Das fängt doch an. der Nächste ist vielleicht Italien. Es kann natürlich jetzt jeder der anderen pressen. Und das ist gefährlich. Und das ist die Fehlkonstruktion der Europäischen Union. Die hat ja, ein Staat braucht ja ein Machtmittel, um etwas zu durchsetzen. Und das hat sie ja nicht. Und ich war an dem Vortrag vom deutschen Bundesbankpräsidenten. Hier in Zürich hat er geredet. In der Gesellschaft für Russenpolitik bin ich gegangen, an die Universität. Und er sagte, das ist jetzt nicht wesentlich. Aber ich habe gemerkt, an was sie appellieren müssen. Sie appellieren an die Verantwortung der Länder. Wenn man ja beitritt, dann ist der EU, muss man auch die Verantwortung wahrnehmen. Weil das klingt in einem Ohr von einem Griechen, von einem Italiener, von einem Franzosen. Du musst die Verantwortung wahrnehmen für das Ganze. Das sind wunderbare Illusionen. Und sie sagen, wenn das Griechenland alles einhalten, dann geht es. Und wenn sie es nicht einhalten, dann wird das schwierig. Ja, was heisst das, dann wird das schwierig? Was macht ihr denn? Ja, dann wird das schwierig. Das ist das Problem der europäischen Konstruktion. Ich sage das, weil im 1992, als wir über den EWRE-Beitritt in der Schweiz abgestimmt haben, und ich habe das Wort geprägt, die europäische Gemeinschaft. Da war es noch eine Gemeinschaft. Das war ja das Projekt. Lange noch nicht so weit gewesen, wie jetzt ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Und das sieht man jetzig. Also jetzt bin ich natürlich viel sicherer als da, weil das ja noch nicht so sicher gewesen war. Aber jetzig sieht man das. Und ich weiß, wie das ausgeht. Vielleicht, also, die Wüsten über den Schattenwind und einmal ein Land in den Konkurs gehen lassen. Weil Griechenland kann Europa nicht mitreissen. Natürlich verlieren viele Bankengeld und Kredite in Griechenland und so. Aber wegen dem geht die EU nicht kaputt. aber es geht dann einer. Und da haben sie Angst, dass der Nächste kommt. Dass dann einer findet, ja das ist doch gut, da kannst du raus. In Griechenland ist raus, wenn sie dann noch eine eigene Währung gemacht und dann noch vollgettet. Was noch möglich ist, oder? Wenn du wieder vorne anfangen kannst. In Italien gehen wir auch raus. In Frankreich gehen wir auch raus, oder? Sie haben ja da Angst, dass die Marie Lippe haben, dass die da die Wahlen gewinnen. Ja. Die sagen dann, nein, wir müssen zu den EUs. Es ist natürlich gefährlich, oder? Also da kann auch Krieg geben im Prinzip. Es gibt nur noch ein Land, das unbedingt wird trainiert. Also in Bern. Sie haben ja, das habe ich jetzt gesehen, ganz am Abschluss der Sendung, Sie haben ja nächste Woche ein Streamteam der SVP ein ganz grosser Vortrag im Zürcher Kongresshaus, oder? Ja. Es ist ja so, es ist am 20. März genau 200 Jahre her vom Wiener Kongress. 1815 ist ja nach dem Zusammenbruch vom Napoleonischen Reich jetzt einen Kongress gegeben, den Wiener Kongress, und an dem Wiener Kongress ist die schweizerische Neutralität völkerrechtlich auch bestätigt worden, oder verlangt worden sogar, die Schweiz ist ein dauernd neutraler Staat. Und seitdem haben wir das, und jetzt ausgerechnet in einer Zeit, in der man ja in Bern die Neutralität nicht mehr ernst nimmt, weil man da in dem Übermut in den letzten 20 Jahre gefunden hat, die sei eigentlich unnötig, ist es von bedeutend, dass man das macht, auf den Gedenktag hin. Das ist also ein festlicher Akt, 200 Jahre völkerrechtlich garantierte Neutralität. und da muss Christoph Mörgerli zuerst als Historiker das historische bringen aus dem Wiener Kongress, dann muss Herr Köppel das Wesen der Neutralität und ich komme mit der warnenden Stimme, wie die Bundeswehr neben die Neutralität preisgibt. Das ist ja wie in einem Rockkonzert. Am Schluss kommt noch der Star, oder? Nein, nein, nein. Es ist also ein inhaltlicher Teil. Aber es ist im Kongresshaus, oder? In Thüringen, würden wir noch sagen, am Dienstagabend am Dienstagabend um 20.30 Uhr und jeder Mann hat sich eingeladen. Also haben wir das auch noch gesagt. Herzlichen Dank, Christoph Blocher. Wir haben jetzt eine globale Weltsicht gemacht, von Val Bella, von der Frau Oberholzer über die NZZ. Vom ganz kleinen ins grosse Jahr. Das war Telli Blocher nächste Woche gleich in der Zeit. Sie kennen die Station. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Schöne Woche.